Okay, meine Freunde, herzlich willkommen zurück zu React. Heute wollen wir mit Routing anfangen. Und Routing ist eine tolle Sache. Sehr, sehr wichtig, das Ganze. Und deswegen wollen wir das direkt mal machen. Wir werden Routing in unserer App.js machen. Das heißt, nicht in der Index. Die Index ist quasi so fertig, okay? Und ja, wir wollen das natürlich hier schön aussehen lassen. Das heißt, wir werden dann auch noch irgendwann hoffentlich was mit CSS machen. Aber jetzt erstmal nur Routing, was erstmal nichts damit zu tun hat. Gut, dazu müssen wir erstmal ganz kurz hier abbrechen. Denn man darf das Ding nicht laufen lassen. Ja, man muss es quasi kurz beenden. Und jetzt gehen wir hierher und sagen, wir brauchen Routing. Das heißt, bitte npm installiere mir mal Routing. So kann man das bei React machen. Das heißt, bei React baut ihr euch quasi eure eigenen Komponenten ein. Wenn jemand kein Routing möchte, bitte sehr, muss er nicht. Aber in React zum Beispiel kann man jetzt alles hier tatsächlich sich so zusammenbauen, wie man das braucht. Okay, also das heißt, wir sagen npm install React. Minus Router minus DOM. Das ist quasi das Router-Modell von React. Und das ist eigentlich relativ angenehm. Und wenn das jetzt fertig ist, könnt ihr einen Router importieren. So, das machen wir jetzt hier mal. Und zwar importieren wir das hier, damit wir auch wissen, dass es schön getrennt ist. Und zwar sagen wir, wir wollen ganz gerne was importieren. Und zwar gib uns mal folgende Dinge hier an. Wir brauchen gleich mehrere Sachen. Einmal hätten wir ganz gerne den Bowser-Router. Nein, natürlich wollen wir den Browser-Router. Browser-Router. Und wir wollen jetzt hier nicht einfach nur Browser-Router immer schreiben. Das ist ziemlich nervig, deswegen lassen wir das. Wir wollen ihn einfach nur als Router benennen. Und wir wollen die Route auch selbst haben. Okay, das heißt, die beiden Dinge brauchen wir. Einmal Browser-Router, den wir dann im Code einfach nur Router nennen werden. Und einmal nur Root. Damit wir quasi eine Router auch definieren können. Und die finden wir beide in der gerade eben importierten, gerade eben in dem npm-Paket, das wir gerade gebaut haben. Und das heißt React-Router-Dom. Okay, das importieren wir jetzt beides mal. Und ja, jetzt können wir hier einfach schon direkt einen Router bauen. Und das ist eigentlich auch schon alles, was ich hier zum Routen brauche. Das ist super geil und super einfach. Wir haben quasi jetzt den Router zur Verfügung. Und wir können den einfach direkt hier verwenden. Achtung, kleiner Hinweis, ihr könnt über dem Router und unter dem Router auch noch irgendwelche Diffs reinhaben, ja. Also sowas wie Diff und sonstige Dinge. Alles kein Problem. Ihr müsst nicht nur den Router haben. Macht aber in unserem Fall relativ viel Sinn. Und ja, jetzt sagen wir hier nicht, wir hätten ganz gerne den Currency-Calculator. Sondern wir sagen jetzt hier, wir haben gleich mehrere Routen. Und das bedeutet, wir haben hier zum Beispiel eine Route. Und ja, die beenden wir gleich wieder hier. Hör doch mal auf damit. Und genau, diese Route braucht jetzt selbstverständlich. Also ihr seht, das ist eigentlich auch nur eine React-Component. Ja, das ist nicht mehr. Aber diese Route braucht jetzt hier mehrere Parameter. Und zwar einmal eine Route bezeichnet, wo wir eigentlich landen wollen. Wir wollen hier bei Currency-Calculator, also wenn wir hier in der URL nur Slash haben, so wollen wir nicht bei Currency-Calculator rauskommen. Während wenn wir bei Currency-Calculator rauskommen wollen, brauchen wir dieses Currency-Calculator hier drin. Und wundert euch nicht, dass das Ding gerade nicht läuft. Ich habe es ja auch nicht gestartet, okay. So, das heißt, was wir hier brauchen ist einen Pfad, ja. Und ihr müsst nicht irgendwie die volle URL angeben, denn das Ding ist agnostisch, was die URL, also die IP-Adresse oder sowas angeht. Sondern ihr müsst nur angeben, wo ihr eigentlich landen wollt. Das heißt, wir fangen mit dem ersten Slash an, okay. Also wenn ihr hier bei Slash seid, das da ist ein Pfad sozusagen. Während Currency-Calculator ist auch ein Pfad. Und dann macht man am meisten sogar so und dann wird der Slash automatisch eingebaut. Das heißt, wir brauchen hier zunächst einmal den Path. Und den setzen wir auf, sagen wir mal, Currency-Calculator. Ich hätte ein anderes Wort nehmen sollen. Das ist gar nicht so einfach. Okay, und ja, jetzt können wir hier angeben, welche Komponente wir ganz gerne hätten. Das heißt, wir sagen hier Component, Component ist gleich. Und damit können wir angeben, welche Komponente denn hier bitte schön angezeigt werden soll. Und ja, da das JS ist, machen wir hier einfach diese geschweiften Klammern drumherum. Und können jetzt hier angeben, wir hätten jetzt gerne den Currency-Calculator da drin angezeigt. So, und ja, wenn wir das jetzt starten, wir machen das jetzt einfach mal mit Jan Start. Sehen wir, dass wir nichts sehen. Warum sehen wir denn nichts? Naja, wir sind offensichtlich nicht auf Currency-Calculator hier, ne? Habe ich doch auch gesagt. Das heißt, wir müssen hier tatsächlich das hinten dran eingeben. Also sagen wir hier Slash, Currency-Calculator. Und wir landen direkt bei unserem Währungsumrechner. So, wunderbar. Das heißt, unsere Route hat ja offensichtlich funktioniert. Jetzt ist aber ein bisschen schade, dass wir nichts haben, wenn wir auf Slash sind. Ja, das heißt, wir müssen noch ein paar separate Routen hinzufügen. Und selbstverständlich hätten wir ganz gerne auch noch die Clock und den Magic Table. Okay, das heißt, was ich jetzt mache, ist mal, ich möchte hier eine Route hinzufügen. Wenn wir einfach nichts angeben, dann landen wir auf der Clock, also auf der Uhr. So, okay. Und das heißt, wir sagen, wir landen hier bei Slash, also bei dem ganz normalen Route sozusagen, bei dem allerersten Ding, da landen wir tatsächlich bei Component ist gleich. Ich mache hier direkt mal, äh Quatsch, ich mache hier direkt mal das Ding wieder zu. Das wird unsere Komponente Clock. So, jetzt muss ich allerdings selbstverständlich noch die Clock importieren. Das heißt, wir sagen hier Import Clock From und da brauchen wir selbstverständlich Pages Clock Clock. Okay, wunderbar. So, das heißt, wir haben jetzt hier eine Clock. Wenn ich das jetzt speichere und starte, dann sehen wir hier, ähm, hm, das ist nicht cool. Aber ich will euch eigentlich kurz erst was anderes zeigen. Wenn wir da einfach nur die Seite aufrufen, dann haben wir hier die Uhrzeit. Jetzt haben wir aber gerade schon was gesehen. Und zwar, ich lande hier, wenn ich auf den Currency Calculator gehe, lande ich auch direkt mit einer Uhr. Das heißt, es werden mehrere Komponenten angegeben. Und das liegt einfach daran, weil eben der Slash hier auch drin ist. Das heißt, es geht nicht darum, dass die URL genau stimmt, sondern es geht darum, dass der Teil der URL stimmt, den wir angegeben haben. Das ist jetzt ein bisschen komplex, gebe ich zu, aber das bedeutet so viel wie, wir haben die Uhr bei dem Slash definiert. Also, so, ja, einfach nur dieser Slash. Wir haben den Currency Calculator bei dem Slash Currency Calculator Slash definiert. Und wenn wir jetzt hier noch was mehr machen, wie zum Beispiel, ähm, andere Währung, ich schreibe einfach nur andere W für andere Währung, okay. Dann haben wir hier trotzdem beide Komponenten immer noch. Denn das hier ist von Slash, das hier ist von Currency Calculator Slash. Und das bedeutet, hier drin kommt dann vielleicht noch was dazu, aber die sind dann trotzdem noch dabei. Und das kann sehr, sehr nützlich sein. Dann könnt ihr nämlich sagen, okay, auf Slash habe ich einfach mein Navigationsmenü, das bleibt da. Und dann habe ich eben das Navigationsmenü tatsächlich auf jeder einzelnen Unterseite. Und so solltet ihr auch tatsächlich eure Seiten strukturieren. Das heißt, ihr sagt hier einfach, okay, meine Uhrzeit ist auf Slash und alle anderen Seiten implementieren auch diese Uhrzeit. Statt Uhrzeit könnt ihr euch hier zum Beispiel, wie gesagt, diese Navigationsleiste überlegen. Und das ist sehr, sehr nützlich. In unserem Fall macht es jetzt allerdings gerade relativ wenig Sinn. Das heißt, was wir jetzt hier machen, ähm, ich brauche ein anderes Beispiel. Ähm, die Uhr macht tatsächlich Sinn, das wollen wir hier auch so lassen. Aber was wir haben wollen ist, wenn wir, ähm, Currency Calculator Slash andere Währung angeben, dann brauchen wir natürlich einen anderen Currency Calculator. Also jetzt hier auf andere W, wollen wir diesen Currency Calculator nicht mehr sehen, weil Euro und Dollar ist natürlich jetzt nicht mehr so relevant für uns dann. Das heißt, was wir jetzt hier machen ist, wir sagen, okay, das soll bitte wirklich nur genau dann gelten, wenn dieser Currency Calculator hier auch wirklich angewählt werden soll. Das heißt, wir packen hier das eine Schlüsselwort EXACT rein. EXACT Component Currency Calculator. Was dann passiert ist, wir sehen, der Currency Calculator wird hier nicht mehr angezeigt, weil wir hier eben noch dieses Slash andere W drin haben. Wenn wir jetzt auf den Currency Calculator gehen, wird der mir selbstverständlich angezeigt, aber er wird mir nur EXACT dann angezeigt, wenn genau diese URL angegeben wird. Und so könnt ihr quasi sagen, okay, wenn genau das angegeben wird, dann passt das, aber ansonsten passt das Ding eben nicht, ja. So könnt ihr das Ganze machen. So, und ja, ähm, jetzt haben wir noch einen Spezialfall, den ich euch auch noch zeigen möchte. Das sind so die wichtigsten Dinge, die wir dann, ähm, noch haben können. Und zwar haben wir dann einmal noch die Route, die mehrere Dinge auf einmal zeigt. Die kriegen wir, ich mache das hier mal gerade so, indem ich das einfach kopiere, indem ich hier tatsächlich einfach sage, yo, ich hätte ganz gerne mein Magic Table, also Import, ähm, Import Magic Table, Magic Table from Punkt Slash Pages Slash Magic Table Slash Magic Table. So, okay, und ja, jetzt möchte ich mein Magic Table, ähm, an mehreren URLs zeigen, okay. Also nicht nur an Slash Magic Table, sondern, und da möchte ich selbstverständlich meinen Magic Table zeigen, nicht irgendwas anderes, sondern ich möchte auch noch, falls jemand doof ist und hier sagt, hey, ähm, ich möchte nicht Magic Table eingeben, sondern ich gebe nur Table ein, ja. Ja, quasi mehrere Optionen. Das ist vor allem hier oben übrigens auch ganz interessant, falls ihr hier, ähm, sowas habt wie Slash oder Landing, ups, Land, Landing, das Wort ist furchtbar, oder Slash Login oder Slash Register. Und ihr wollt jedes Mal haben, dass die Leute auf eurer Startseite landen, dann macht ihr das so, wie ich das jetzt hier mache. Und zwar, ihr könnt mehrere URLs angeben, indem ihr hier einfach geschweifte Klammern drumrum setzt und dann eine Liste daraus baut, welche URLs ihr eigentlich haben wollt. Und Listen, wisst ihr, bauen wir, oder ein Array, bauen wir mit eckigen Klammern. Das heißt, wir sagen hier Slash Table und nächste URL, wo wir auch noch landen wollen, ist Slash Magic Table. Und dann könnt ihr hier so viele einbauen, wie ihr wollt. Ihr könnt ja 100 Millionen, 1000, was auch immer hier einbauen. Bleibt völlig euch überlassen. Okay. Aber was wir hier jetzt haben, ist folgende Situation. Dadurch auch, dass wir übrigens kein Exact wieder drin haben, denkt mal drüber nach, was das jetzt bedeutet. Wenn ich hier jetzt Table eingebe, was wird da wohl erscheinen? Naja, wir sehen selbstverständlich die aktuelle Uhrzeit und dieses Magic Table, das wir hier schon vor einigen Videos implementiert haben. Dann haben wir aber auch noch die Möglichkeit zu sagen, wir wollen Magic Table eingeben. Da kommt genau dieselbe Seite einfach. Und wir haben selbstverständlich auch noch die Möglichkeit hier zu sagen, wir haben hier noch irgendwelche anderen URLs hinten dran. Da kommt das auch, weil wir wie gesagt eben nicht exakt da stehen haben. Und ja, so funktioniert im Endeffekt Routing in React. Das heißt, dieses Router-Modul ist wirklich sehr, sehr potent und sehr, sehr geil. Ich kann euch das nur empfehlen. Ja, eigentlich sollte eure App immer genau dieses Router-Zeugs machen und den Rest lagert ihr einfach in diese anderen Dateien aus. Index.js müsst ihr nicht mal mehr anfassen und App.js müsst ihr halt einfach nur quasi registrieren, wo die ganzen Dinger hinweisen sollen. Und ja, dann könnt ihr über diese nicht-exact-Paths, also dieses nicht, also ohne dieses Schlüsselwort exact, könnt ihr zum Beispiel wunderbar ein Home angeben, also irgendwie eine Navigationsleiste oder sowas und dann eben sagen, yo, ich hätte ganz gerne, dass genau das dann passiert. Und ja, damit seid ihr wirklich auf einem guten Pfad. Ich muss mal schauen, was ich noch alles brauche. Falls ihr irgendwie Wünsche habt für React, dann könnt ihr mir das selbstverständlich auch sagen. Und falls ihr irgendwie was vermisst, was ich noch vielleicht zeigen sollte. Das geht vor allem natürlich an die Leute, die React schon können. Aber ja, ich suche natürlich auch noch so in meinem Kopf, ob ich noch vielleicht irgendwas euch zeigen möchte. Und wir werden da sicher noch ein bisschen was finden. Gut, das war's von meiner Seite. Ich danke euch und wir hören uns. Bis dann. Ciao.